Ja, willkommen immer kurz zum neuen Modi-Vorstellung. Und zwar hat GOMA die Dortmund neue Spielmodi ausgebracht. Das ist halt einfach der Trainingsmodus und es bietet sowas wie One-Line-Stick-Fight und viel mehr. Also es ist ein BBW-Training. Da es aber gerade relativ neu draußen ist, ist es noch relativ verpackt. Ich werde jetzt einmal in diesem Video hier einmal kurz jeden Modi anspielen. Ich mache jetzt das erstmal bis 10, 7. Und da es auf GOMA ist, sind die Gegner jetzt nicht allzu schwer. Deswegen gibt es hier jetzt nicht so eine große Herausforderung. Und das Skill-Niveau ist halt eher niedrig gehalten. So, das war jetzt mal die erste Runde. Und zwar war das hier nämlich der erste Modi, der jetzt neu ist. Ihr findet das alles unter dem Kompass und dann hier auf Training. Und ja, das war jetzt der erste Modus und zwar Stick-Fight-Stick-Fight. Gibt es aber auch noch in verschiedenen Varianten. Wir sehen jetzt hier One-Line, Three-Stack und One-Stack. Und ja, wir werden jetzt erstmal vom letzten Video den Gewinner auslosen. Und zwar war das Ticey 2000 Junior. Ja, ich sage mal herzlichen Glückwunsch an dich. Oder wie man sagen soll, wie er ganz einfach in die FL kommt, ist, indem ihr halt einfach einen Kommentar mit eurem Ingennamen schreibt. Und ja, so könnt ihr halt ganz einfach in die FL kommen. Ihr müsst einfach unter diesem Video hier einen Kommentar mit eurem Ingennamen schreiben. Und dann hätte ich euch auf GOMA, weil ich will meine FL eigentlich privat halten. Aber da viele Leute in die FL wollen, machen wir das anders. So. Wir gehen jetzt einmal kurz noch in eine 101-MLG-Wash-Runde. Ihr seht auch schon, MLG-Wash ist auch schon das Prinzip, was auf Nerox-Waze und Kyoto ist. Und ja, das ist halt so ziemlich dasselbe. Und ich habe mein Inventar gar nicht umgestellt. Das heißt, ich habe auf der 3 die ganze Zeit Blackout und auf der 2 Picke. Und das ist ein bisschen falsch rum bei mir. Shit. Ja, auf jeden Fall kann man in der Lobby bei den Villager noch das ganze Inventar einmal umsortieren. Und ja. Und ich bin gerade 0 eingespielt. Ihr seht hier schon, das ist auf 2, das ist auf 3. Das musste man halt alles umsortieren. Und das habe ich jetzt leider nicht gemacht. Und dieses Video hier ist jetzt mal uncut. Das bedeutet, in diesem Video hier werde ich jetzt mal keine Cuts geben. Ich weiß, das ist man jetzt eigentlich nicht gewohnt, weil ich eigentlich jetzt immer irgendwie meine Videos schneide. Da stundenlang wirklich am Schnitt einiges jetzt sind. Aber da ich nämlich gerade noch ein Video schneide, wo ich jetzt schon seit 2 Tagen dran sitze. Und ich sonst für heute kein Video hätte, würde ich das einmal kurz so ein bisschen uncutzt, die neuen Modi vorführen. Also welche neuen Modis es jetzt hier auch gar nicht gibt. Deswegen ist das jetzt mal so ein kleines Uncut-Video. Ich hoffe, das ist auch okay. Und habe ich das Bett nicht mehr bekommen. Ich hoffe, das ist auch okay. Ich spiele jetzt hier einfach kurz bis 3. Und bin auch schon wieder mega uneingespielt. Aber egal, ich spiele jetzt einmal kurz hier bis 3. Oder besser gesagt, bis 5 spielen wir einfach mal kurz. Und ja, das ist jetzt der neue Modi. Wie gesagt, alle Modis haben noch leider ziemlich viele Bugs. Weil dieser Spielmodi halt gerade erst mal draußen ist. Sei es dann zum Beispiel im CWBW-Training, dass man einfach keine Sachen hat. Oder dass man falsch spawnt. Und es gibt allgemein noch relativ viele Bugs. Die kann man aber unter dem Befehl slash bug report kann man halt diese Bugs einsenden. Und es wäre natürlich immer hilfreich, wenn man diese Bugs einsendet. Weil dann werden sie natürlich auch so schnell wie möglich behoben. Aber kommen wir jetzt eigentlich zu meinen Lieblingsmodi. Und zwar, Bad Wars Deathmatch kann man hier nämlich üben. Auch wenn er meines Erachtens noch ein bisschen anders umgesetzt werden muss. Aber wir zeigen euch jetzt, oder ich zeige euch jetzt erstmal die ganzen Deathmatch Modis. Es gibt jetzt erstmal Deathmatch BW. Da werden wir jetzt gleich rein teleportiert. Und da gibt es hier verschiedene Kits. Wir nehmen mal das erste Kit. Was halt auch schon immer ein bisschen buggy ist, ist die Auswahl, welches man nimmt. Da seht ihr, das kann ich einfach nicht auswählen. Manchmal können Leute einfach diese Kits hier nicht auswählen. Aber ich bekomme jetzt eh, glaube ich, schon random was hier zugewiesen. Ja. Und ihr seht jetzt hier, das ist zwar leider jetzt ein 4 vs. 3. Das ist einfach so ein BW-DM. Wo es halt verschiedene Kits gibt. Einmal einen 13er Bogen. Einmal einen normalen Bogen. Einmal eine Rettungsplattform. Und jetzt halt diese stärkige EP. Und ja, die EP ist meines Erachtens nach noch 4 zu EP und sollte halt echt gefatcht werden. Denn ihr seht hier, man one-hitted wirklich hier den Gegner einfach durch. Und das ist der wahrscheinlich mit dem 13er. Und der ist auch down. Und ihr seht auch die Todesanzeige. Hier steht leider ganz oft, ist gestorben, ist gestorben. Und das ist auch noch nicht richtig gemacht. Weil eigentlich sollte er halt stehen, ist getötet worden von so und so. Aber weil es halt One-Hit macht, wird diese Anzeige auch nicht angezeigt. Das ist jetzt nämlich noch das Problem. Deswegen, die Modis haben noch relativ viele Bugs. Aber ja, der Spielmodi ist ja auch gerade erst neu draußen. Deswegen kann man das eigentlich auch nicht übernehmen. So, was es jetzt noch gibt, ist den Modus-Kurs. Also DM-Training-Kurs. Dort finde ich das aber so ein bisschen unfair, wie das geregelt ist. Weil wer hier als erstes kommt, der bekommt sozusagen das beste Equipment. Und weil ich jetzt zum Beispiel einen Respawn-Code habe, habe ich halt einen enormen Vorteil und habe halt direkt das beste Equip. Und meine Mates haben jetzt hier, wenn wir uns gleich umgucken, einfach nur Lederrüstung, während ich halt jetzt mit der Full-Dia hier rumlaufe. Und meine Mates hier rechts und links einfach nur Lederrüstung haben. Und ich finde, das sollte irgendwie so aufgeteilt werden, dass man jede Runde irgendwie bestimmte Points hat, um es dann irgendwie Full-Dia zu nehmen. Das Full-Dia natürlich am meisten. Points kostet dann... Und ich muss den ja auch als Quillen. Weil so ist es halt einfach nur, wer zuerst spawnt, der bekommt sozusagen das beste Kit. Oh Gott, ich bin auch schon da. Ich bin, wie gesagt, auch gerade mega uneingespielt. Und wir werden das alles jetzt einfach mal einmal uncut lassen. Ich habe noch nie wirklich ein wirkliches Uncut-Video auf meinem Kanal gemacht. Ist auch gerade relativ ungewohnt. Und die Steinschwerter habe ich leider noch nicht umgeändert. Deswegen hat er so ein ekliges Steinschwert, so ein Diffelsteinschwert. Aber ja, wie gesagt, ich arbeite noch am WM-20k-Pack. So, wir gehen einfach mal zu dem nächsten Modi. Und zwar nach dem Sierkowski, wo es meines Erachtens nach relativ unfair ist, gibt es noch Survival-Games. Survival-Games gibt es ebenso wie in anderen Modis drei verschiedene Klassen. Also ich will euch das jetzt nur so ein bisschen vorstellen. Und hier kann man, wie gesagt, das Inventar sortieren. Hier kann ich für Stickfight... Hier gibt es eh nur zwei Items. Für Deathmatch kann ich da alles umsortieren. Und was bei den ganzen Modi halt ist, was ich ein bisschen unfair finde, ist, dass wer als erstes spawnt. Und wenn man natürlich Respawn-Code hat, spawnt man natürlich viel schneller. Der bekommt auch sozusagen direkt das beste Equipment. Und das finde ich halt relativ unfair gemacht. Weil, ja, man hat einfach Respawn-Code und bekommt das beste Equip. So. Das ist jetzt hier. SG ist halt 3 vs. 3 DM, wie es halt auch im normalen CV ist. Und es dient halt alles nur so ein bisschen der Übung. Und ihr seht hier schon leider, können die sich selber Team-Trollen. Das ist ein bisschen schade, dass sie sich selber halt ins FNS setzen können. Weil da gibt es dann halt so ein paar Witz-Spoiler, die sich da die ganze Zeit Team-Trollen und die Team-Killen. Und wie bin ich da gestorben? Ich hatte irgendwie 8 Hertz und war dann direkt sauen. Weiß ich jetzt nicht, was das war. Auf jeden Fall sind die Modi alle noch sehr verpackt. Weil es kommt gerade erst neu raus. Und da kann man das auch wirklich nicht übernehmen. Aber ich finde es an sich so eine relativ nice Idee. Auch wenn es natürlich sowas wie, muss man zugeben, MLG-Rush oder so, gibt es halt einfach schon auf anderen Servern. Und wurde einfach nur übernommen, sage ich mal, von diesem Server. Aber ich finde, solange es besser umgesetzt wird, und das muss man halt jetzt noch mit der Zukunft gucken, ob es auch besser umgesetzt wird, finde ich eigentlich meine Sachen. Ich mache, okay, diese Spielmodi zu übernehmen. Denn, ja, wenn sie daraus, sage ich mal, was Eigenes machen und so ein paar andere Features einbauen, die es halt beim anderen nicht gibt, finde ich das okay. Und ihr seht jetzt hier auch, der hier hat dieses Steinschwert, nur dieses Default-Steinschwert. Das habe ich mir außerdem drin, weil ich muss das beim Factor-Pack noch bearbeiten. Und deswegen habe ich als Steinschwert gerade nur diese Default-Scheiße drin. Deswegen entschuldige ich das nochmal. Und Tim Blau hat gewonnen. Achso, ich glaube, es geht nämlich auch nach der Mitte. Ich gucke einmal kurz Requeue. Und wir gehen einmal kurz in der Battle Wars Map. Und ich glaube, es geht hier nicht nur darum, alle zu killen, sondern es gibt auch die Sache, dass man einfach in die Mitte geht. Und ja, wir nehmen wieder das OP-ste Kit, weil das hier, da macht man wirklich jede Runde 3, 4 Kills. Also killt immer fast alle, weil dieses Kit hier ist einfach mega OP. Okay, du One-Hit ist da eigentlich nur fast jeden. Und ja, dieses Kit ist mega OP. Du musst halt einfach nur den 13er mit der EP auskonstern. Und dann hast du dieses Kit auch schon fertig. Und es lag gerade irgendwie. Ja, es lag gerade kurz ein bisschen. Wir sortieren einmal kurz nach das Inventar um. Und machen einmal kurz so. Jetzt haben wir die EP wieder auf den vierten Slot. Und hier gab es nämlich auch schon mal so drei verbuggte Runden hintereinander. Da hatten wir alle nur eine Faust. Und ja, das war halt schon so ein bisschen buggy. Wir killen jetzt hier direkt die Leute. Und ihr seht, dieses Kit ist einfach mega OP. Also man wirft einfach eine EP und macht hier eigentlich immer so drei bis vier Kills pro Runde. Und da hier halt auch noch sehr viele Randoms spielen, weil das halt einfach nur ein neuer Modi ist, ist dieser Modi auch noch relativ leicht. Ihr seht jetzt hier schon wieder vier Kills. Und ich glaube, das wird in der nächsten Runde auch nicht anders sein, weil es ist halt... Wir spielen, sag ich mal, sehr viele Randoms noch diesen Modi. Und diese Runde ist zum Beispiel verbuggter. Sehen wir jetzt hier. Warte auf andere Spieler, da lohnt es sich nicht zu warten, weil diese Runde einfach verbuggt ist und niemals starten wird. Deswegen kann man da jetzt aktuell einfach rausgehen und direkt wieder in eine neue Runde rein. Ich werde jetzt noch die letzte Runde hier DM-Training machen. Und da habe ich... Dann gibt es ja noch eine andere Modi, die habe ich noch gar nicht gezeigt. Und zwar gibt es Bridge. Der ist aber, glaube ich, relativ selbsterklärend. Bridge ist halt einfach nur... Bauen und macht Zeit. Also wer mit der schnellsten Zeit baut, der... Ja. Man lernt ja eigentlich nur bauen. Mehr lernt man in dem Modi eigentlich. Und das ist gerade mega ungewohnt, dieses Video hier für mich, weil das ist wirklich eigentlich, glaube ich, das erste Video auf meinem Kanal, was einfach mal komplett uncut ist. Aber weil ich, wie gesagt, seit zwei Tagen noch an dem... Anderen Video sitze und scheiße. Ne, ich will jetzt... So will ich das nicht ändern. Ich will jetzt noch einmal mit dem EP-Kit noch einmal am Ende noch mal schön vier Kills haben und dann gleich noch einmal den Modus-Bridge vorstellen. Ja, das ist für mich, wie gesagt, ein bisschen ungewohnt jetzt hier, das alles schon komplett ein bisschen uncut zu lassen. Ist normalerweise nicht meine Art, aber ich sitze jetzt schon seit zwei Tagen an dem anderen Video dran. Und ja, hab jetzt keine Zeit für heute noch irgendwie so ein Video extremst großartig zu schneiden. Und ich kann schon... Man, das ist so buggy. Ich hab da tausendmal draufgeklickt, aber es kommt nicht. Ja, aber ich hab jetzt keine Zeit mehr, auf jeden Fall noch das Video zu schneiden, weil ich sitze jetzt schon seit zwei Tagen dran, dieses andere Video zu schneiden. Und ja, freu mich mega, wenn's fertig ist und wenn ich's euch dann zeigen kann. Und wir versuchen jetzt nochmal diese Runde hier zu gewinnen. Haben leider nicht das EP-Kit, weil damit geht man einfach nur mega ab. und das war ihre EP. Na komm her. Und dann hier. Das da vorne ist der 13er. Das ist ihre Rettungspattform, die jetzt gerade down ging. Und wir versuchen jetzt einmal kurz noch den Last Kill zu bekommen. Hm? Das ist mega buggy. Er hat mich gerade gekillt, indem er Blöcke gesetzt hat. Bin ich da gerade gestorben, indem er Blöcke gesetzt hat? Also, die Modis sind irgendwie noch ein bisschen buggy manchmal an manchen Stellen. Aber ja, wir kommen jetzt noch zum letzten Modi. Und zwar gibt's noch den Modi Bridge. Das sind jetzt alle neuen Modi auf Gomme. Dort kann man, oh Gott, mach ich dann halt. Hier kann man halt einfach so ein bisschen Bridge üben und sich dann hier halt so ein bisschen einspielen quasi. Hier kannst du halt deine Bestzeiten immer machen. Und hier so ein bisschen Breastlin einfach, auch wenn ich's gerade nicht kann, weil ich gerade mega uneingespielt bin. Ah, egal. Ich bin gerade mega uneingespielt. Es geht gerade gar nicht klar. Und ich hab mir auch den rechten Finger geschnitten. Deswegen kann ich gerade nicht abusen. Ähm, ja. Das war's auf jeden Fall mit diesem kleinen Video. Das ist einfach mega ungewohnt, weil ich normalerweise nie solche Uncut-Sache mache. Und ja, das ist gerade mega ungewohnt, dass alles, was ich sag, wirklich im Video mit drin ist. Aber, wie gesagt, das wird auch nur eine Ausnahme sein. Das wird in Zukunft auch nicht mehr so sein. In Zukunft werden die Videos natürlich wieder komplett geschnitten kommen. Und das ist jetzt nur eine kleine Ausnahme. Was ich ein bisschen schade finde beim letzten Video, wo ich insgesamt, glaub ich, sieben bis acht Stunden Arbeit eingesteckt hab, dass dieses Video nicht richtig in der Abo-Box angezeigt wurde. Das ist ziemlich schade, aber, ja, kann ich euch nochmal unten in der Beschreibung verlinken, falls ihr Bock habt nochmal auf ein gut geschnittenes Video. Und jetzt nicht dieses Uncut-Video hier. Äh, ja, dann kann ich euch das auf jeden Fall noch in der Infobox verlinken. Deswegen, das war's jetzt mit dem Video. Die vier neuen Modis auf Komme sind da. Wir haben aktuell noch sehr, sehr viele Bugs, deswegen muss das auf jeden Fall noch behoben werden. Aber wenn ihr halt fleißig mit Slash-Bug-Report also mit Slash-Bug-Report eure Bugs hier einschickt, und dann sollte dieser Modi eigentlich ganz schnell perfektioniert werden. Und diese ganzen Bugs werden dann auf jeden Fall auch entfernt sein. Ja, das war's jetzt mit diesem kleinen Video hier. Ist halt, wie gesagt, jetzt nichts Besonderes. Aber ich hoffe trotzdem, das hat euch gefallen. Wie gesagt, falls ihr noch irgendwie Bock habt auf ein anderes Video, was ein bisschen mehr geschnitten ist, dann kann ich euch das Video von gestern empfehlen. Ist in der Beschreibung verlinkt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und ciao!